Jojojo und herzlich willkommen auf meinem Kanal VSSDennis09. Heute öffnen wir wieder 10 Päckchen FIFA 365 Karten. Ich habe noch ein neues Booster-Design gefunden. Hulk, Enzo Perez, Magnon und Hoangmingsson. Ich zeige euch hinten nochmal die Verteilungen. Stimmt, was ich euch nicht letztes Mal gesagt habe. Hier, look out for Super Momentum Special Cards Inside. Ja, der eine finden wir super. Wir machen 15 Päcks auf. Und ja, fang an. Klassisches 10 Booster-Unboxing. Wie was gewohnt sind. Was hab ich? Hier die Special Karten sind komisch. Ne, geil, wir machen mal. Fang an. PSG-Logo. Ferran Djuktla. Brügge. Meier Brügge. Rob Diaz. Eduard Mundi. Und Bremer. Ja, die kommen alle mit dahin. Bis auf Rare Karten und diese Power Karten. Die kommen alle anderen. Die kommen hinten hin ins Album. Ja, ich muss mal gucken hier. So, und jetzt machen wir erstmal die Base Karten. Jonathan Klaus. Marcel. Bayern. Heute Abend geht Bundesliga wieder los. Ich hoffe natürlich, dass Leipzig das ganze Ding macht. Ja. Paolo Diaz. Bruno Fernandes. Ähm, ja. Fans. Favourite PSG. Marco Ferrati. Wie gesagt, das ist ein schönes Design. Und Club-Logo Liverpool. You never were alone. Und auch das gefällt mir sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Hier ist ein bisschen jetzt komisch. Ja, komm, wir fangen mal hier mit an. Jetzt habe ich Scheiße. Ja, ich baue hier gerade ein bisschen egal. Inter Mailand Lineup. Was auch interessant ist, dass sie hier schon automatisch Andreo Nana hinten reingestellt haben, wa? Aber der spielt halt auch. Die werden dann nach dem Daten gegangen sein, wer spielt. Ähm, Makarenko. Perea Joel. Solari. Ja, wie gesagt, bevor das Bundesliga wieder anfängt. Dann haben wir hier, wow, Rising Star Harvey Elliott. Sehr schöne Karte. Harvey Elliott, auch ein guter Spieler. Für Liverpool gegen Wolves. Was war es hier? Was war es? FA Cup, glaube ich. Ein schönes Tor gemacht. Und Magician Kai Havertz in der Premier League für das Chelsea sehr wichtig gewesen. und den entscheidenden Treffer erzielt. Ja. Wie gesagt, also, es ist halt sehr gut wieder was los jetzt, nachdem fast alle System alle europäischen Top-Ligen wieder Fahrt aufnehmen Leina Bolipiakos, wen kennt man hier? James, Ähm, Al-Arabi, Herr Marcelo natürlich. und Fans-Favorite, naja, Angolo-Kante hier. Kann ich verstehen, ich hoffe, er verlängert wird Chelsea aktuell, ja. Verletzt. Dann haben wir noch 6 Pakete. Oder 5, irgendwie so. Ja, eine Rare-Karte wäre natürlich auch sehr schön. Jo, hier Glitzer ist wieder massiv. Äh, Captain, auch die Captains-Karten sehr schön. Pinola, Rensch, Mignolet, Brügge, Zeiten von Brügge, Michele, sehr schön. Atletico, Second Skin und Ederson, Top-Keeper. Auch wunderschöne Karten, das Design gefällt mir einfach sehr gut. Weiter geht's, nächstes Päckchen. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja. Bonucci, ja, wie gesagt, Fußball. Es ist schon wieder smart. Habt ihr das gesehen? Hier, Ian und Savic. Atleti Barca vor, wie lange ist es her? 2 Wochen? Geil, haben die Regen auf dem Feld gespielt, ja. Äh, ja. Klub Atletico Minero, Batch und Dominator Raheem Sterling. Ja, wie gesagt, also, ich habe auch jetzt geguckt, wegen Bundesliga-Sticker, die sind jetzt von meiner Sicht aus rausgekommen, gestern. Ich wusste davon nichts, sonst hätte ich mir eventuell was vorbestellt. Ähm, ja. Aber ich kriege die noch ran für euch, die nächsten Wochen. Rao Cancelo, Shananolu, Cesney, Ovo, Ovein, ja, AC Mailand, Line-Up, an Alexandro, Alexandro Bastoni, aka Basteltoni, äh, als Favorite, Fans Favorite. Drei Packs haben wir noch. Und ja, wie gesagt, also, bin gerade wieder drin im Sammeln, es macht Spaß. Captain Busquets, Biel, Welde, Witzel, Ex-Dotmoner, kann man nur mögen, Man United Club-Logo, und Dominator Spiven-Bergwein. Weiß ich nicht, bei Ajax, also ich gucke ja auch immer, was man da neben Dominator, das sind ja meistens so die Stürmer. Weiß ich nicht, ich hätte da, glaube ich, eher so Prime Probi genommen, der, der war ja bei Leipzig, die haben den ja verkauft an Leipzig, das hat er absolut sich nicht, äh, Oh, jetzt haben wir hier vier Karten drin, egal, haben wir zwei am Anfang und da lief es einfach nicht, aber bei Ajax, einwandfrei. Fans Favorite, Atletico, Llorente, Bremer, Zeiten, Hakimi, äh, De La Cruz, Liverpool nochmal, Club-Logo und, boah, wunderschöne Karte, Karim Benzema, Trophies für Real Madrid, Giant, absoluter Brecher. Geil, lege ich auch mal hier extra hin, weil die kommen wie gesagt hinten separat in die Kollektion, aber da gibt es auch von Haaland, also die von Haaland, die ist ja noch, also ich finde die von, ich finde die geil, ja hier wieder, was haben wir denn hier jetzt, egal, ich finde die von Haaland noch geiler, die sind brachial, aber Haaland nochmal, äh, Bambeuge, was habe ich denn jetzt gemacht, weiteren Videos mehr zu verpassen, ich kann nur noch sagen, vielen Dank für das Zuschauen, habt Spaß, sammelt, sammelt selber, auch wenn es euch Spaß macht, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, peace out, ciao, ciao, Untertitelung des ZDF, 2020